Let's go, moin sind übrigens. Ich kann gar nicht. Wir nehmen jetzt auf. Ja, ein aufnehmen mit einem neuen. Wer bist du? Stell dich mal vor. Er füchst dann. Ne, stell mich mal vor. Geheime Identität. Das ist das andere Phasmus? Das Schlimme ist durch Valo, kennen wir dich, bist du schon jetzt mehrere Monate in der Gruppe, aber der Phasmopart wird vor. Das kann passieren, ja. Das wird, glaube ich, passieren. Valo habe ich mir auch nicht vorgestellt. Das stimmt. Richtig. Ich bin in den anderen. Ich suche das Cursed Item. Bist du hier? Patricia Thompson. Spricht mit uns. Wie alt bist du? Was willst du? Radio oben. Boah, mach mal einen geilen Channel, Mann. Was, wo ist ein Radio? Ich habe, glaube ich, ein Radio gehört oben. Boah, ist denn hier ein Radio? Dachboden. Ja, hier oben ist ein Radio. What? Bis unten. Vielleicht ist Cursed Item. Ich kann es aber nicht mitnehmen. Ja, stimmt. Das Radio. Jetzt hörst du auch. Hier ist eine Spieluhr. Wie kann das? Das Radio ist bei mir hier oben. Ganz oben, unter dem Dach. Wo bist du denn? Ich sehe hier gar nichts. Ah. Ist das ein Cursed Item? Wir kennen nämlich auch nicht alle Cursed Item. Sie sind erst seit Neuer Lüfter. Können wir das mitnehmen? Nö. Kannst du noch mal rausgehen, ne? Haben wir einen EMF? Ob der hier ist? Ja. Nö, ist nicht. Ah. Knochen gefunden. Bist du hier? Sprich mit uns. Halt nicht. Gibt dich auch. Bist du hier? Nö. Sprich mit uns. Wird das Radio angemacht, Chris? Niemals. Okay, Glück hat es angemacht. Äh, das Radio wurde wieder angemacht. Niemals. Kommt ihr auf sowas? Bist du hier? Sprich mit uns. Sprich mit mir. Halt doch mal, scheiß Radio aus hier. Wie viel Spaß hat das Anbogen. Danke. Alter, die hat aber richtig in die Tröte geschissen. Echt, selber? Patricia, du Ferkel. Alter. Warst du auch so ein XXL-Sitz, oder? Das empfört das nur so. Ja, die ist bestimmt richtig fett, Alter. Ja, man ist richtig fett. Bist du hier? Unten, glaube ich. Sprich mit uns. Er hat den Ventilator angemacht. Ja, hier unten. Wo genau? Unten, wirst mich schon sehen. Liegst du hier schon tot? Du hast einen Geist, der mit mir spricht. Er hat den Ventilator hier angemacht. Hast du... Ja, okay. Flo, komm mal bitte als PC-Spieler. Ja. Kannst du das da greifen? Wenn du ein Ventilator leer hast. Hab ich eigentlich. Gefrier-Atem. Ich hab gefriert. Ja, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Das ist das verfluchte Item. Wenn du das, glaube ich, spielst, kommt der Geist auf dich zu. Wollen wir mal machen? Und wenn er die... Nein. Wir haben Gefriert-Temperaturen. Ja. Bist du hier? Spricht mit uns. Was willst du? Okay, hier. Ich will mehr schlippen. Ich hab das Item mal in die Krüche. Geisterbox. Ich möchte nicht, dass sie mit uns redet. Nicht? Sie hat mit, äh, Gasterbox, sie hat mit uns geredet. Ja. Ja. Aber ich störe. Also, dass du das gesagt hast. Hör auf, Flo. Auch hier im Raum. Fünf, oder? Ne, zwei, hey, zwei. Ich glaube, EMF kann es gar nicht mehr sein, warte. Doch kann es. Ja, und dann gehen wir weiter rum mit EMF. Kann es noch ein Orb sein? Ja. Und was kann es noch sein? EMF Fingerbrücke Orb. Und das Schlimme ist, Mimic kann es auch noch sein. Das heißt, selbst wenn wir jetzt einen Orb finden, können es immer noch zwei Geister sein. Cool. Cooler shit. Wo sind die Beweiler? Oh, Fingerbrücke. Drei, drei. Alles klar. Hier, beim Sofa sind drei. Mimic. Das kann nicht EMF sein, wir haben es. Fingerbrücke ist das letzte. Fingerbrücke und was noch? Geisterbox? Ja. Und Gefrier. Damit ist eine Mimic. So, möchtest du die Spiele entmürzen? Oh ja. Mal ja, shit. Wie mache ich das? F, bestimmt. Was ist das? Hallo? Hallo. Jemand ist tot. Es ist gestorben. Das Kind ist auf ihn zugelaufen. Und er hatte ihn, glaube ich, noch in der Hand gespielt. Ich glaube auch. Aber ich habe ein Foto vom Geist. Ja, geil. Danke fürs Opfer. Nice. Ja. Der Rest können wir nicht. Gut. Dann, äh. Also, Mimic. Kommt schon. Ich wollte rauslaufen. Das war eine dumme Idee. Ja, du kannst bei der Jagd nicht rauslaufen. Ich glaube, die Spiele muss wegschmeißen, weil die läuft auf die Spiele und zu. Ja. Super Tipp im Nachhinein. Ja, das kann gut sein, dass das so war. Oh, dieses kleine Kind. Ekelhaft. Je, Kinder.